Tag und willkommen zum neuen Video. Ja, der 350X von AMD ist endlich draußen und wir schauen uns heute mal die Performance an, Overclocking und vergleichen ihn mit dem 9080XE und dem 9900K in Spielen und schauen mal, wie er da abschneidet, denn viele haben darauf gewartet und die ersten Benchmarks, die es so von vorne weg gab, haben ja schon viel versprochen und teilweise sogar ausgesagt, dass er schneller sein sollte als der 9980XE in Anwendung und manchmal in Spielen sogar als der 9900K. Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an bei Cinebench, also das kennt ja mittlerweile eigentlich jeder Cinebench R20, ja, da kann man so ein bisschen grobe CPU-Leistung herausfinden, was eine CPU so leistet. Da haben wir mit normalen Taktraten ungefähr 9100 Punkte erreicht, das heißt, kompletter Standardtakt auf unserem X75 Gaming Edge AC. Das ist ein, ja, Midrange-Board von mit X75-Chipsatz für ungefähr 200 Euro, also nichts Besonderes. Das wollten wir einfach deswegen benutzen, weil wir auch zeigen wollten, dass auf günstigen X75-Boards die CPU ohne Probleme läuft und dass man sie darauf auch übertakten kann. Im Vergleich zum 9980XE haben wir ein gutes Stück mehr Punkte erreicht. In Cinebench sind wir schon mal schneller und das kann sich auch in anderen Benchmarks fortsetzen, zum Beispiel Blender oder 7-Zip. Etwas anders sieht das bei Adobe-Anwendungen aus. In Premiere ist die CPU leider minimal langsamer. Wir haben ein 4K-Video rausgerendert in H.265 und da war der 9980XE leicht schneller, obwohl man sagen muss, dass die CPU natürlich auch zwei Kerne mehr hat und etwas mehr kostet als der 16-Kerner. Dabei frisst er außerdem deutlich mehr Strom, sowohl im Standardzustand als auch speziell dann, wenn man ihn übertaktet. Wo wir schon beim Overclocking sind, hier haben wir mit unserem Sample vom 3150X 4,35 GHz geschafft und damit auch über 10.000 Punkte in Cinebench. Das ist wirklich erstaunlich viel für eine normale Mainstream-CPU. Sonst haben wir sowas nur von den großen Threadrippers sehen können oder halt von irgendwelchen Server-CPUs. Aber 10.000 Punkte ist echt extrem und wie gesagt, der 9980XE hat das bei Standard-Takt nicht geschafft. Wenn man den allerdings übertaktet, dann schafft er das natürlich auch, 10.500 hier. Aber dann muss man auch sagen, verbraucht die CPU alleine, also wenn nur die CPU-Unterlast ist, gute 570 Watt. Ja, das muss man sacken lassen. 570 Watt, der 9980XE. Dagegen beim Ryzen sitzt du ungefähr 370, 380 und das ist deutlich humaner und auch deutlich besser zu kühlen als die Intel-CPU. Bei Spielen sieht das Ganze wieder nicht ganz so klar aus, denn gegenüber vom 9980XE sind wir natürlich schneller. Das ist klar, da haben wir Battlefield 5 getestet. Hier hat die CPU in unserem Benchmark besser abgeschnitten als die Intel-CPU, also AMD ist etwas schneller. Das ist allerdings auch klar, denn der 9980XE hat eine relativ niedrige Frequenz verglichen mit dem 9980K zum Beispiel. Der läuft ja bei 4,7 GHz, der 9980XE nur bei knapp 4 GHz. Also das ist klar, dass der da vorne liegt, der Ryzen. Wenn man das Ganze allerdings vergleicht mit dem 9980K, wie wir es in Anno 1800 zum Beispiel gemacht haben, ist der 9980K doch schon deutlich schneller. Zumindest in Anno. Das hängt immer ein bisschen vom Spiel ab, wie gut die Spiele die Architektur nutzen können, beziehungsweise wie viele Kerne auch genutzt werden. Bei Battlefield 5 ist das Ganze relativ gut ausgenutzt, denn Battlefield 5, bekanntlicherweise nutzt das relativ viele Kerne und selbst bei 12 oder mehr skaliert das noch, wenn auch nicht besonders gut. Aber es funktioniert auf jeden Fall trotzdem. Eine Überraschung, die wir festgestellt haben, ist allerdings Counter-Strike Global Offensive, denn dort ist der 3950XE sogar schneller wie der 9980K. Wenn wir in das zwar eine Runde laufen, dann haben wir mit dem 3950X mehr FPS als mit dem 9980K. Natürlich gäbe es jetzt noch den 9980K S, den würde der 3950X nicht schlagen. Unsere Spiele haben wir immer mit Full HD-Auflösung in maximalen Details getestet, um eben das CPU-Limit hervorzuheben und nicht im Grafiklimit zu landen. Bei Forza Horizon 4, das haben wir ebenfalls getestet, das lag aber dann trotzdem im Grafiklimit. Da kann man aber differenzieren zwischen CPU-Render und GPU-Render, da war Intel ebenfalls ein bisschen besser. Aber ihr könnt sehen, in Full HD, wenn wir im GPU-Limit sind, was da bei 120 bis 140 FPS der Fall war, mit einer 2080 Ti von Asus, dann sind die FPS wirklich ununterscheidbar und fast exakt gleich. Also, wie gesagt, wenn ihr im GPU-Limit seid, was im Normalfall auch so ist, dann habt ihr zwischen den CPUs keinen Unterschied und es ist eigentlich egal, was ihr da kauft. Selbst mit einem 3600, werdet ihr da wahrscheinlich ganz gut beraten, solange ihr jetzt nicht besonders CPU-Aufwendige Spiele spielt, die jetzt 12 Kerne brauchen und ansonsten nicht flüssig laufen. Aber da gibt es nur recht wenige von, wenn überhaupt es irgendwelche gibt, da habe ich mir gar nicht so sicher. So krass CPU-lastig sind Spiele ja gar nicht. Ja, man muss also sagen, je nachdem, was ihr denn braucht, beziehungsweise ob ihr spielt oder Anwender seid, wenn ihr ein Anwender seid und wirklich Programme nutzt, die viele Kerne brauchen und die auch davon profitieren, dann macht der 16 Kerne auf jeden Fall Sinn für euch gegenüber Intel. Selbst der 9980XE ist da meistens langsamer. Man muss natürlich sagen, bei Intel gibt es auch gewisse Vorteile, die Quad-Channel, allerdings auch sehr deutliche Nachteile wie der höhere Stromverbrauch und eben die geringere Leistung, die sich teilweise in manchen Anwendungen schon wirklich sehr stark bemerkbar macht. Und vor allem kosten die Mainboards nochmal ein Stückchen mehr. Also X299 ist dann doch ein bisschen teurer als X575 und ja, da muss man natürlich dann immer abwägen, was man denn braucht. Aber wer sich zum Beispiel an der Workstation zusammenstellt mit 356XE als 16 Kerner, der kann damit auch spielen und ist damit auch nicht schlecht beraten. Zum Beispiel ist das auch optimal für Streamer, die neben dem Spielen streamen wollen. Die können zum Beispiel ganz einfach mehrere Kerne für den Stream nutzen und eben auf dem Rest spielen. Gleiches gilt für das Renderring. Da kann man natürlich was ähnliches machen, wenn man nebenbei spielen will, dann kann man das einfach, ja, sagen wir, wir weisen acht Kerne dem Render zu und auf acht Kernen spielen wir. Dann sollte das problemlos laufen und ihr habt trotzdem noch genügend Leistung, dass das Renderring nicht Ewigkeiten dauert. Natürlich wird sich das kein normaler Spieler kaufen, denn 700 Euro oder 800, je nachdem, was er letztendlich kosten wird, sind natürlich immer noch eine Stange Geld. Meistens kosten Grafikkarten auch nicht mal das, obwohl mittlerweile ist das auch schon zur Norm geworden und die 2080 Ti liegt sogar bei 1000 Euro. Aber 800 Euro ist eine Stange Geld und da muss man wirklich schauen, braucht man das wirklich, brauche ich das wirklich und bin ich nicht vielleicht mit einer kleineren CPU auch gut beraten. Wenn man es natürlich braucht, ist das auf jeden Fall eine super Wahl. Da kann dann nur noch Threadriver einen drauflegen mit 32 Kernen und ja, von daher kann man hier wieder sagen, neben dem 12 Kerner ein voller Erfolg und jetzt auch anwendungsmäßig an der Leistungsspitze vor dem Intel 1180 Extreme Edition. Und das muss man wirklich sagen, Respekt. Bleibt abzuwarten, was Intel mit der 10er Serie bringt, denn da wurden ja die Taktraten etwas gesteigert, die Caches etwas größer und die Preise etwas niedriger. Und ja, da wird es mit Sicherheit interessant, wie sich denn die Konkurrenz so schlägt und ob es da vielleicht interessante Duelle geben wird. Und das bleibt abzuwarten. Ja, das war es dann schon wieder von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr Fragen dazu habt oder Fragen zu dem 3950X, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschau.